Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Volksfeuerwerksbatterie dran bzw. eine Batterie von Pyroland. Sie heißt Bärbock. Nicht zu verwechseln mit unserer süßen Annalena. Wie dem auch sei, die Batterie hat 30 mm Kaliber, 35 Sekunden soll sie brennen. Sie hat 320 Gramm und 13 Schuss. Eine Unglückszahl. Ob das zusammenhängt mit dem Namen, man kann es nicht glauben, aber ich denke mal schon. Nee, Spaß bei Seiten. Preis ist immer hier bei 19,99 bei Pyroland. Ja, habe sie halt auch von Pyroland gekauft. Auch wenn ich Pyroland sage, dieses Video ist nicht gesponsert. Also Freunde, wir gehen gleich mal raus zur Erzündung. Keine Ahnung, warum ich heute so gute Laune habe. Wir gehen einfach raus hier. So, jetzt haben wir hier die Bärbock noch im Angebot. Schießen wir die Bärbock mal in die Luft. Also ich meine die Batterien. Tja, sehr schnelle Blinkware. Ab und zu shellartig. Kann ich auch. Musik